Wir wollen von den Besten lernen und einer der Besten war dieser Mann hier, Charlie Munger. Er ist vor ein paar Tagen im Alter von 99 Jahren gestorben. Seine besten Weisheiten, die du vor allen Dingen für dein Traden und für dein Investieren sinnvoll einsetzen kannst, besprechen wir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Marc und wir kümmern uns jetzt um Charlie Munger. Aber die rechte Hand von Warren Buffett, der daneben sitzt, den kennst du wahrscheinlich. Das ist der oder das Gesicht von Berkshire Hathaway. Er ist der reichste Investor in der Welt. Er sagt aber auch, er wäre nicht so reich und Berkshire Hathaway wäre nicht da, wenn er nicht Charlie Munger kennengelernt hat. Die beiden waren sich sehr, sehr ähnlich und deswegen wahrscheinlich hat das auch so gut harmoniert. Wir gucken uns jetzt die besten Weisheiten von Charlie Munger an, weil die sind für dich super wichtig. Da kannst du einfach Fehler vermeiden. Wenn wir Best Practices von erfahrenen Leuten nehmen können, wollen wir uns die anschauen. Gerade im zweiten Teil des Videos kommen zwei super wichtige Zitate, die ich perfekt finde. Aber wir wollen eins am anderen durchgehen. Das sind alles wichtige Dinge, die dich weiterbringen werden. Wir starten mit einem Zitat von ihm. Es erfordert Charakter, mit all dem Geld da zu sitzen und nichts zu tun. Ich habe es nicht an die Spitze geschafft, indem ich mittelmäßige Chancen wahrgenommen habe. Die Aussage, und das ist ja für uns immer wichtig, was will er uns damit sagen? Die Aussage ist, kauf keine zweitklassigen Aktien oder mach keine zweitklassigen Trades. Ich sehe das immer wieder bei Kunden im Portfolio, dass die dann Aktien drin haben, wo die sagen, ja, da wollte ich mal ausprobieren oder da wollte ich mal drauf spekulieren. Das sind auch typischerweise Aktien, die sind da mit einem deutlich kleineren Risiko drin. Wenn die sich aber dann gut entwickeln, dann geht das Konto nicht nach vorne. Das heißt also, er sagt hier, wir haben ausreichend Chancen, nimm nur tatsächlich erstklassige Werte. Also, sag mal, die, wo du sagst, die sind tatsächlich gut oder auch beim Trading. Handel nur die Trades, wo du sagst, das ist das Setup, was richtig gut ist. Wir wollen nicht einmal 3% pro Trade riskieren, weil das der bessere Trade ist und bei den anderen vorsichtig sein und weniger riskieren. Wir wollen nur die 1-Arch-Trades, die erstklassigen Aktien, die erstklassigen Trades machen. Ganz wichtig an diesem Zitat von ihm. Machen meines Erachtens sehr viele falsch. Das nächste ist die Angst davor, dass jemand schneller Geld verdient als man selbst, ist eine der Todsünden. Neid ist das Einzige, an dem man nie Spaß haben kann. Warum sollst du also neidisch sein? Ein ganz wichtiger Punkt, wenn du profitabel handelst, wenn du mit deinem Aktiendepot gutes Geld verdienst, es ist egal, ob jemand anders noch mehr Geld verdient. Es gibt ein Lied, es ist immer einer besser, egal was du tust. Natürlich wird irgendeiner vielleicht auch einfach nur durch Glück mehr verdient haben oder hat eine prozentuale bessere Performance. Sei zufrieden mit dem, was du hast, weil wenn du zufrieden bist, damit kommt Selbstsicherheit und damit kommt mehr Erfolg. Damit werden die Leistungen besser. Als nächstes spannendes Zitat Verbringe jeden Tag damit, ein bisschen weiser zu sein. Und am Ende des Tages, wenn du lange genug lebst, wirst du das vom Leben bekommen, was du verdienst. Da geht es natürlich so ein bisschen in die Richtung, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Wir wollen, wenn wir abends schlafen gehen, noch gut in den Spiegel gucken können. Ich will nicht reicht werden, weil ich jemand anderen abziehe oder weil ich irgendwas Schlechtes tue. Ich möchte Geld verdienen an der Börse, weil ich gute Investments tätige, mit denen ich gut schlafen kann. Oder weil ich ordentliche Trades mache, mit denen ich entsprechend gut schlafen kann. Das ist so die Quintessenz daraus. Ich denke, das ist etwas Wichtiges oder meiner Meinung nach etwas Selbstverständliches, was wir alle haben sollten. Das nächste Zitat In meinem ganzen Leben habe ich keinen einzigen klugen Menschen gekannt, der nicht ständig gelesen hat. Du wirst erstaunt, wie viel Warren liest, also Warren Buffett und wie viel er liest. Hier ist natürlich wichtig einfach, man muss sich immer weiterbilden. Selbst wenn man Experte ist, auch bei mir ist es so, ich lese immer noch viele Bücher oder ich bilde mich auch viel weiter. Auch mit Online-Schuling und dergleichen gilt auch auf viele Seminare und sowas. Also einfach, dass man sich immer weiterbildet, dass man immer offen bleibt. Also von daher ist es jetzt nicht wichtig, ob du viele Bücher liest. Wenn du online viel liest, ist das natürlich exakt das Gleiche. Geht einfach hier der Weiterbildungscharakter. Wir lernen nie aus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Meiner Meinung nach, egal in welchem Job. Er hat es jetzt auf die Börse bezogen, aber spielt eigentlich keine Rolle, in welchem Job das ist. Meiner Meinung nach. Jetzt, das hat er gesagt, 1997 zu einem Aktionär, also auf einer Hauptversammlung. Ja, da wurde er gefragt, was ein gutes Investment ist. Und er sagte, ich denke, das Leben besteht aus einer ganzen Reihe von Opportunitätskosten. Man muss die beste Person heiraten, die man gerade finden kann und die einen haben will. Investitionen sind ein ähnlicher Prozess, sagt er. Ja, das sind natürlich immer so nette Beispiele. Also es geht halt darum dann auch, ja, ich muss nicht weltweit nach der einzigen Traumfrau finden, sondern es geht wahrscheinlich, egal ob ich groß geworden bin, viele Frauen oder natürlich auch andersrum, wenn du eine Frau bist, viele Männer oder Partner, wie auch immer, die für einen geeignet sind. Wichtig ist, ja, man muss sich gegenseitig schätzen. Man muss sich gegenseitig mögen und dann sollte man aber auch nach seiner Meinung nach heiraten, beziehungsweise, um das wieder auf den Investitionsprozess zu schieben, dann sollte man halt auch das Investment tätigen. Ja, weil sonst werde ich vielleicht mein ganzes Leben lang auf eine gute Aktie warten und auf einen guten Trade warten. Ja, wenn die Parameter passen, dann muss ich zuschlagen. Ja, das ist seine Aussage hier. Jetzt kommt ein super wichtiges Zitat. Das große Geld liegt nicht im Kaufen und Verkaufen, sondern im Warten. Und da ist was ganz, ganz Wahres dran und das ist super wichtig für dich. Ja, das sehen wir immer wieder gerade im Bereich Daytrading. Die Leute sitzen vorm Rechner und sagen so, jetzt habe ich Zeit, jetzt will ich traden, also klicke ich. Das ist aber falsch. Und deswegen brauchen wir auch eine Strategie, beziehungsweise auch beim Investieren einen Prozess oder Setups, wie wir investieren wollen. Ich will gerade nicht, weil ich jetzt Zeit habe, die Aktie kaufen, weil ich sie jetzt gerade sehe. Ich möchte auch nicht jetzt gerade den Trade machen, weil ich ihn jetzt gerade sehe. Ja, ich zum Beispiel mache das so, ich habe es schon in anderen Videos zeigen können, dass ich zum Beispiel über eine Chart-technische Analyse dann sage, okay, wenn die Aktie interessant ist, fundamental, dann will ich aber an den und den Punkten kaufen. Ja, ich will nicht jetzt kaufen, weil ich mir die jetzt angeschaut habe, die Aktie. Auch beim Traden ist es ganz wichtig, dass man die Strategie Sicherheit gibt, auch gerade mir sagt, wo ich halt mal nicht handeln soll. Wenn ich in einer Seitwärtsphase bin und ich bin Trendhändler, dann ist es wichtig zu wissen, ich möchte in dieser Seitwärtsphase nicht handeln. Ja, und weil das ist das, wenn man in den Momenten, wo ich nichts mache, da verliere ich auch kein Geld. Und dann kann ich auf die guten Gelegenheiten warten, womit ich halt Geld verdienen kann. Super wichtiges Zitat. Und jetzt schauen wir uns an, das ist etwas zum Schmunzeln, aber auch da ist einfach was ganz Wahres dran. Zitat 2000, also zum Zeiten des neuen Marktes über Internetaktien. Er wurde gefragt, was hältst du von Internetaktien damals, also die ganzen Luftschlösser? Und dann sagte er, und ich habe es sehr nett übersetzt, also das Originalzitat, da ist die Kackwurst doch deutlich schlimmer beschrieben. Wenn man Rosinen mit einer Kackwurst mischt, ist es immer noch eine Kackwurst. Ja, da ist wirklich etwas Wahres dran. Das ist ähnlich auch wieder mit der Subprime-Krise 2008. Da hat man ja auch Immobilien oder Ramsch-Kredite, hat man quasi gesagt, ich mixe die, mach da ein Portfolio raus und dann kann ich da wieder ein A-Rating drauf machen. Ja, also er will einfach sagen, schlechte Sachen bleiben schlecht, egal was ich da beimische. Und das ist halt auch wichtig. Ja, lass dir nichts andrehen, wenn es ein Portfolio ist oder in einem Zertifikat oder wenn es noch so schön aussieht. Guck dir mal an, was ist das Grundgeschäft? Was ist die Grundanlage, in was du anlegst? Und das muss halt passen. Ja, das waren die wichtigsten Zitate von Charlie Munger, 99 Jahre alt geworden. Und ich hoffe, dass du damit dein Trading verbessern kannst.